ja hallo leute willkommen zu tag 3 dem ganzen umbau hier ja was haben wir heute zu tun tag 3 karnewelle halbe muss noch raus mit der servolenkung müssen noch gucken ob wie wir das gelöst kriegen ob ich das überhaupt mache wenn nicht dass mir etwas einfallen dass das zumindest eine woche auf zwei hält ich meine das hat jetzt die letzten letztes halbe jahr gehalten was haben wir noch ja dann halt so anfangen mehr oder weniger den neuen motor zusammenzubauen weil der musste krümer wieder dran ich habe neue dichtungen gekauft für den krümer und allmäßige dichtungen hat also auch abgasablagern sich komplett neue dichtungen was haben wir noch ja sehr wohl wie gesagt das ist halt so ein kleines problem ich weiß nicht wie weit das da funktioniert was ich davor habe ich meine das ist nur eine provisorische lösung ich weiß ich werde euch das nicht zeigen was ich da mache einfach damit ihr nicht meckern könnt ganz ehrlich weil man macht das so nicht und ich mache das nur zum grund damit das jetzt so ein paar wochen hält bis zu ein zwei wochen oder sowas eigentlich maximal eine woche bis wir das fahrwerk tauschen können und so lange muss es noch halten also von daher nichts großes nichts wildes ja dann fangen wir mal an ich nehme euch jetzt mal mit unters auto gleich und dann machen wir mal die kanadwelle raus dann zeige ich euch ein bisschen was vielleicht kann ich euch ein bisschen was erklären ja dann passt das ein kleines update ja jetzt sind jetzt ungefähr zwei drei stunden vergangen ich habe den größten teil damit verbracht sachen sauber zu machen oder halt wirklich zu fixen was ich noch umbauen musste wenn wir gucken ich das mal im also ich habe in der zwischenzeit mehr oder weniger dass sie gemacht erstmal die längste oder komplett gekleent also ist die richtig schön glänzt wieder dann habe ich mir diese ich glaube kühlleitung also das ist das ist zur leitung aber die ich denke ich mal so geformt dass sie halt kühlt schätze ich mal wenn man sich auf alle fälle ist die anders als bei meinem gewesen deswegen habe ich die eingebaut genauso wie auch der der behälter hier oben die anschlüsse sind dieselben anscheinend also ich habe sie drauf gekriegt ohne probleme schrauben sind auch dieselben also glaube ich nicht dass ein großer unterschied entsteht beziehungsweise unterschied ist den behälter habe ich genommen weil meiner unten undicht war also das habe ich dann quasi schon mit gefixt erst mal ein bisschen atf quasi an dem schlauch und runtergelaufen er hat sich quasi den den weg vom schlauch bis dann hier zur zum letzten punkt quasi immer dann hat es immer darunter getroffen es ist zwar nicht viel gewesen es war keine ahnung auf 100 kilometer vielleicht drei vier tropfen aber wenn ich morgens ins auto gestiegen bin oder sowas habe ich das gesehen dann habe ich hier ein bisschen sauber gemacht wie ihr hier sieht habe ich ein bisschen mit schwarzen matte rumgesaut ja ich habe das ein bisschen abgeschliffen alles was war so ein bisschen flug raus von der batterie immer bisschen oxidiert und so weiter habe ich alles abgeschliffen und dann halt mit schwarzen mann ein bisschen drüber lackiert weil ich glaube ich das ist schon die zweite schicht das ist okay das lasse ich auch so einfach nur damit halt nicht weiter rostet beziehungsweise ein bisschen vorsorge betrieben quasi dann habe ich das blech hier unten habe ich gestern schon angefangen sauber zu machen aber gerade eben auch noch mal ordentlich ja dann habe ich überlegt was ich hier mache die matte aber meine bitte das sehe ich hinterher nicht klingt so ein bisschen blöd aber es ist wirklich so ich habe auch jetzt keine andere da die ich da rein machen könnte die von der limousine sieht nicht besser aus anscheinend gehen die irgendwann alle kaputt müsste ich mir theoretisch eine neue bestellen und dann müsste ich noch viel mehr abbauen hier habe ich jetzt keinen großen bock drauf ehrlich gesagt nur für so eine matte also kann was sie zu meinen ich weiß ich finde das jetzt nicht notwendig ehrlich gesagt nur wegen seiner matte da ja was haben wir noch ja was habe ich noch gemacht ach ja genau die momentan geformt ja mal rüber und zwar habe ich in dem neuen motor ich weiß nicht dass der kind das nicht zu dunkel ist den kümmer wieder angebaut neue dichtungen drauf gemacht hier unten sind hier die schrauben also sind mir schrauben ja abgerissen ich weiß nicht gerne hat vielleicht mitgekriegt wenn ich bei facebook gepostet habe ja wie gesagt abgerissen habe mir schon neu besorgt dann habe ich die hier mal gucken und zwar habe ich hier schon äh neue das sind es 40 äh ja n10 mal 40 und also mir hat man gesagt dass die passen ich habe die jetzt mal da drin gemacht und das sieht auch so aus dass sie gut passen würden ich habe noch unterlegscheiben irgendwo die habe ich auch noch dazu gekauft oder unterlegscheiben aber ich meine auch wenn ich sie jetzt nicht brauche habe sie da meine güte 40 stück also man hat man sowas halt meine güte ist es nicht die welt ja dann habe ich die die zwei neuen dichtungen für den kümmer also jetzt nicht an denkseite also an motor seite sondern eine auspuffseite also hier auspuff anbauteil steht da drauf brauchte ich auch zwei neue die sahen da ein bisschen gefragt aus also die die alte ich weiß nicht also das ist auch die abgasseite die habe ich auch neu gemacht wenn wir gucken die ist auch ein bisschen hier unten zum beispiel was erkennen da die ist ein bisschen arg am arsch und habe ich mir gedacht komm machst du das gleich auch mit neu und wenn man den einmal raus und macht man es einfach mit neu meine güte das sind ich glaube das waren 24 euro insgesamt die beiden die und und von denen von denen hier auch zwei stück das war keine 24 euro also das ist so genau ich kann den ganzen scheiß mond die beschreibung packen da könnt ihr euch das mal angucken was ich da alles gekauft habe die schrauben meine die habe ich jetzt im baumarkt gekauft weil ich sie ja hier haben wollte anstatt jetzt noch welche zu bestellen hätte ich bestimmt klar zwei euro weniger bezahlt aber das paket hat fünf euro gekostet oder so aber das ist auch nicht der rede wert ja wie ich auch am anfang schon gesagt da wollte ich die karte aber eigentlich raus machen und das werde ich jetzt machen hoffe ich dass ich hinkriege weil sehr wahrscheinlich könnte es sein dass wir einer dabei die bremse treten muss weil der wagen steht ja auf 4 ist ja komplett hochgebockt und das ist immer ein bisschen schwer dann da die kann dann heute zu lösen weil die reifen sehr wahrscheinlich mit drehen werden und die hand drin ist das vielleicht allein nicht packt keine ahnung da muss ich mal gucken ob ich das gleich alleine hinkriege wenn nichts dann muss ich warten und mache halt doch irgendwas anderes kleine kleine kleinigkeiten kleinigkeiten die sowieso noch gemacht hat den motorträger zum beispiel ja hier das das den kann ich euch auch mal zeigen das ist vom getriebe das teil das habe ich auch eben ein bisschen so gesäubert das war pechschwarz also ja so kleinigkeiten macht man da wenn man nicht wie weiter wenn man jetzt so nicht weitermachen kann und es wird arschkalt hier drinnen gerade ehrlich gesagt das ist glaube wir haben nicht mal fünf grad oder so ich freue mir schon echt die finger ab ja was kann ich noch machen also ich werde noch so ein bisschen was finden ich werde euch natürlich mein update liefern und ja vielleicht hätte ich auch mal die kamera gleich drunter bin ja wer ist das wenn die karte los schraube da mal zugucken das problem ist muss über die musik ausmachen dann die gema und so ne ist ja selber ja Lo ja 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 nachdem nachdem die ersten beiden schrauben bloß gedreht haben ist natürlich auch die anderen beiden los schrauben deswegen habe ich dir jetzt einmal gedreht haben wir so los reifen ein bisschen drehen haben wir uns wieder fest ist für mich natürlich ein kleiner aktier mal raus und rein zu krabbeln unter dem auto aber was muss das muss ich drehe jetzt mal wieder das licht hier für euch das sind die letzten beiden noch über sind neue katanwälder habe ich auch schon hingelegt weil die muss ja gleich dann direkt rein mehr oder weniger hoffen dass es direkt klappt dann habe ich direkt eine ach ich habe es vergessen toll scheiße ich muss gleich noch mal raus ich habe die die nuss für die schrauben vergessen verdammt bei sowas echt zu empfehlen ein rohr was wir auf den schraubenschlüssel steckt ist echt zu empfehlen viel mehr hilfewirkung so geht das ganz einfach und da war die vierte schraube so da ich jetzt den hilfen hier vergessen habe da habe ich noch mal raus damit ihr auch wisst welche ich meine guck mal her und zwei die meine ich hier so ein bisschen angegammelt sind die müssen noch los und damit dann da die karabelle auch ein drangemacht werden kann da machen sie sogar zum beispiel zuerst los zuerst fest meine ich weil ich schichte hinten rein dann hängt die hinten und hier vorne wird sie dann festgeschraubt im selben moment quasi und dann nach hinten halt so ich hoffe ihr könnt auch das erkennen die kamera steht so ziemlich kurios gerade da also ich muss mal kurz mein werkzeug suchen hier zum glück kann ich gut raten habe ich noch irgendwo die wd 40 dose so alle meine deckung jetzt lassen wir uns mal kurz ein paar sekunden einwirken aber wir hoffen dass wir die gleich raus haben hier eine neue rein und dann sind wir quasi schon fast fertig für die motoreinbau alles was raus musste ist dann raus wir versuchen mal unser glück statt auf los boah sind die fest festgegammelt also das wird hart die zu lösen sind ja schon echt gut verrostet aber die haben wir Oh, die will ich. Ich bin auch froh, dass ein guter HZ-Werkzeug hier seinen Dienst gut erfüllt. Diese Ratsche, ganz ehrlich, absoluter Hammer, ich schwör's euch. Das ist so geil. Gestern im Motorraum habe ich so eine Stelle gehabt. Ich demonstriere das mal hier eben. So, hier war der Motor schon. Also so ganz nah da dran. Ich konnte nur so ein ganz minimales Stück die Ratsche bewegen. Immer so ein-Zahn-mäßig. Ey, mit einer normalen Ratsche, das hätte ewig gedauert. Das ist der Hammer gewesen, nicht? Das ist eine richtig geile Ratsche hier. Jetzt will ich hoffen, dass das Ding mir nicht auf den Kopf fällt. Schrauben nochmal eins. Schrauben nochmal zwei. Raus und hinten hoch. Ja komm. Ja, da ist sie. Ein bisschen Hebelwirkung und alles ist lose. Das Problem ist, warum ich nicht das andere Stück von der hier jetzt da draufstecken kann, ist, falls ihr das wissen wolltet, die sind gewuchtet. Die Kartewellen sind auf das ganze Stück hier quasi gewuchtet. Und da kann man nicht einfach, zumindest bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, die sind gewuchtet auf die ganze Länge. Und überall seht ihr so Gewichte. Ich kann das ja gleich zeigen, wenn ich in der Position bin. Da seht ihr, dass da überall Gewichte dran sind. Das ist wie beim Wuchten von einem Reifen oder sowas. Die müssen ja gerade laufen, rund laufen. Wenn das nicht der Fall ist, dann hört ihr das auch immer. Dann knallt das immer so. Tock, 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 tock. Das ist wie so ein Radlagergeräusch quasi. Wenn die jetzt hier drin ist, kann ich die jetzt nicht mehr einklicken. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht nach hinten rein, rutscht da. Komm. Ach, jetzt ist die drin. So. Jetzt. So, alles mit einer Hand. So. So. Okay, die erste Schraubung ist aber weg. Dann kein Bock mehr. So. 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 dass die nicht so runterhängt. Ich mache immer so ein Stück Kabel, was ich hier rumfliegen habe. Mache ich immer einmal drum und mache das oben einfach in die Mittelkonsole an der Handbremse fest. Es ist eigentlich, ich weiß, es ist nicht gut, aber besser als wenn die runterhängt, ganz ehrlich. Könnt ihr das hier sehen? Das Gewicht hier an der Seite? Ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen könnt. Das ist leider zu weit innen rum. Ah, warte, das könnt ihr sehen. Moment, Moment, Moment. Und zwar da ist auch ein Gewicht. Seht ihr das da? Das Ding da. Das ist auch ein Gewicht. Die sind halt miteinander gewuchtet. So halt auch das Gewicht hier. Jetzt könnt ihr es auch sehen, wenn ich die Kamera was näher hatte. Das Gewicht und das Gewicht und auf der hinteren Seite ist meiner Meinung nach auch irgendwo noch eins. Aber keine Ahnung jetzt wo. Oh, es ist irgendwie unten. Ich gehe mal raus und dann spreche ich nochmal kurz mit euch. Ich bin fertig mit der Welt. Ich habe keine Lust mehr für heute. Das war Tag 3 von dem Motoranbau. Ich hoffe echt, dass ihr das feiert, dass ich mehr oder weniger so immer mal wieder, also jeden Tag, also das wird ja quasi so eine Tagesfolge. Also ihr werdet quasi das durchgehend sehen. Für euch ist es natürlich cooler, wenn wir das über mehrere Tage ziehen. Logisch. Aber ist nicht machbar. Wir haben noch ein paar Tage Zeit. Dann muss der Wagen eigentlich schon fertig sein. Sonst können wir nämlich eh uns Zeit lassen. Warum, werdet ihr früher oder später dann erfahren. Aber das hat jetzt noch keinen zu interessieren. Sagen wir mal so. Ich meine, ihr könnt damit eh nichts anfangen. Aber es ist halt für uns so ein kleines Goal, was wir erreichen wollen. Und ich vor allen Dingen, ich möchte endlich den Wagen fertig haben. Ich bin ein bisschen zufrieden, dass die Gasanlage raus ist. Also mehr oder weniger nicht zufrieden, sondern ich habe Sachen gefunden bei der Gasanlage, die echt nicht schön sind. Und da sind Kabel, Boxenkabel verlegt worden. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich kann es mal, ich würde das gerne genau erklären, aber dafür müsste ich euch das zeigen. Das ist ein bisschen schwerer zu erklären. Auf alle Fälle, der Kabelbaum für den Motor, der kommt aus einer Ecke. Und zwar aus der Sicherungskastenecke. Der geht dann quasi den Schlossträger entlang. Ich zeige das gerade hier so mit der Hand. Also am Auto quasi. Der geht dann da entlang und endet am Wischwasserbehälter. Also ihr könnt euch das vorstellen. Der Kabelbaum geht einmal rum und hinterlässt überall seine Kabel quasi. Der fängt oben an, dann der erste Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Blinker und so weiter. Bla, bla, bla. Dann hinterm Kühler vorbei, dann für Sensor für den Kühler, dann Klimastecker, andere Scheinwerfer und dann halt hinten ein Wischwasserbehälter. Ich weiß, ich habe ein paar vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Darauf will ich hinaus. Und die Leute, die das da eingebaut haben mit der Gasanlage, die haben, waren so dermaßen schlau. Es, ich glaube, ein Toastbrot ist schlauer. Das ist kein Scherz. Ähm, Ich als Laie, der das niemals gelernt hat, vielleicht bald irgendwann mal lernen werde. Wer weiß. Aber, ich habe so viel Ahnung, dass das einfach nur Scheiß war. Die Kabel gingen einmal um den kompletten Motorblock herum. Aus was für einem Grund auch immer. Absolut unverständlich. Wir mussten ein Kabel tatsächlich durchtrennen. Sonst hätten wir den nicht rausgekriegt. Der normale Kabelbaum vom Motor, vom Vierzylinder-Motor, der drinne war, ist mit dem Kabelbaum der Gasanlage verknüpft gewesen. Somit, äh, muss der ganze Kabelbaum quasi mit der Gasanlage verkauft werden. Ist auch nicht schlimm. Ist nicht das Ding. Ich habe damals, wo ich den neuen Motor gekauft habe, habe ich auch noch einen Kabelbaum dabei bekommen. Also, ich habe noch einen Kabelbaum für den Motor, wenn ich ihn hinterher verkaufen werde. Äh, ist auch nicht tragisch. Ist absolut uninteressant. Und das Wichtige daran ist halt nur, dass tatsächlich das Kabel einmal um den Motor gelegt wurde und wir den nicht rausgekriegt haben. Somit mussten wir ihn cutten. Ist eine Scheiße. Ist eine richtig, richtige Kacke. Aber gut. Und dann halt auch noch die Leitungsverlegungstechnik. Kein Plan. Da sind Sachen, da sind Schrauben, irgendwelche Spacksschrauben in den Unterboden geschraubt worden. Echt nicht cool. Ich habe jetzt, einen Teil davon habe ich schon bearbeitet. Bisschen freigeschliffen. Unterbodenschutz drauf. Äh, und, naja, es hat nicht gerostet, gar nichts, aber ich, die Anlage ist jetzt auch noch nicht so lange drin. Ich glaube, die ist jetzt keine, nee, warte, ich glaube 2008 haben die die eingebaut. Also acht Jahre, mehr oder weniger. Ist jetzt zwar schon, ein bisschen was länger, aber das, äh, oder 2012, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Die ist auf alle Fälle nicht so lange drin. Sagen wir zwischen vier und acht Jahren. Und, na klar, rostet dann nicht eine Schraube das ganze Auto weg. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, wenn die jetzt noch länger drin gewesen wäre, irgendwann, irgendwann hätte es überall gerostet. ich kann sowas nicht nachvollziehen. Egal. Ich rede schon wieder viel zu lange, äh, End-Take-mäßig hier vor euch. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen jetzt gefallen, auch wenn ich alleine gewesen bin und zwischendurch mal die Kamera irgendwo reingequetscht habe. Äh, und halt einfach nur so ein paar Updates gegeben. Aber das ist für mich einfacher, ein bisschen zu arbeiten, dann zu zeigen, was ich gemacht habe, anstatt während der Arbeit. Ich meine, ich mache das gerne, das ist kein Problem. Aber es wird immer darüber gemeckert, wenn ich irgendwas falsch mache. Ich meine, ich finde es gut, dass ihr mir Tipps gebt, was ich falsch mache, was ich ändern könnte. Jetzt dürft ihr das nicht falsch verstehen, was ich meinte. Aber, manchmal ist es halt wirklich so nervig, dass man denkt sich, okay, ihr seid, in dem Moment seid ihr nicht in der Lage quasi zu entscheiden, warum ich das so gemacht habe. Sprich, warum hat er jetzt die Schraube mit der Zange gelöst, anstatt mit einem richtigen Schraubenschlüssel? Sowas zum Beispiel. Das war jetzt ein Beispiel, das habe ich noch nie gemacht, aber Beispiel. Jetzt sagen wir mal, ihr hättet das nicht richtig im Video gesehen, ich hätte das nicht richtig gefilmt im Video, äh, was auch immer, da würde jetzt dann stehen, kein Plan, äh, also, äh, die Schraube wäre jetzt so kaputt, dass ich die anschleifen muss, damit dann ein kleinerer Schlüssel draufpasst, oder was auch immer. Irgend sowas. Das, sowas zeige ich meistens nicht. Ich weiß, ich könnte das zeigen, ich sollte es auch zeigen, aber, meine Güte, sowas, sowas möchte ich nicht weitergeben quasi, und das ist halt der Punkt. Aber ich hoffe, euch gefällt diese Videoserie hier, und ihr seid weiter dabei, wenn es morgen heißt, es geht weiter, Tag 4, vom Motoreinbau. Und, ich meine, wir sind jetzt schon wieder am Zusammenbau. Jetzt sind wir an den Punkt gelangt, wo wir schon wieder einbauen. Und das ist gut, das ist ein guter Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt. Ich freue mich dermaßen, der, dermaßen, wir haben gerade, ich habe gerade noch ein ganz kleines Problem entdeckt, vielleicht, das, bezüglich Klimaanlage. Aber, könnte sein, dass ich das einfach, ähm, dann über mich hingehen muss, und, dann muss sie halt ab. Meine Güte. Ich wollte sie, ich wollte es vermeiden, dass ich sie öffnen muss. Es kann aber leider sein, dass ich sie tatsächlich öffnen muss, weil, der Klimakompressor zu weit hinten sitzt. Nur deswegen. Von der Spritzwand zum, zum Klimakompressor, der Weg. Also die, die, die Maße quasi. Der Vierzylinder hat ja nur vier Zylinder. Der Sechszylinder ist ja größer. Somit würde der Kompressor auch ein Stückchen weiter nach vorne wandern. Ich weiß nicht wie vielen. Ich weiß nicht, ob das reicht, was da dran ist, ob die Leitungen dieselben sind. Keine Ahnung. Ich hoffe, ja. Wenn nicht, haben wir Pech. Alles weitere seht ihr dann natürlich morgen in dem Video. Und, ich freue mich, wenn ihr natürlich einen Daumen hochladet und natürlich abonniert. Ich habe wieder zu viel geredet am Ende. Haut rein. Ciao. So,